schön komm zu der nächsten folge im beach battles ich weiß noch nicht was wir heute vorhaben jetzt werden wir für so ein haus nicht ausgeben noch neun stunden gut ich habe ja gesagt beim nächsten mal greifen wir die sind zwölfer noch mal an jetzt ist er 13 oder so lässt sich das hirn zu stören ich versuche es mal so um truppen zu sparen so hier in der ecke und was mache ich denn da so wir haben noch ein paar leute dazu verfügung ich werde gleich fallen captain chinstram ja hin zu kinstram und es fällt es fällt es fällt es fällt bum 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 diesen strandkampf haben wir für uns entschieden gewonnen dankeschön dankeschön ja nachladen nachladen gucki Könnte ich. Sieht ja schon cool aus, aber hier, du tust könnt ihr auch gucken. Scheiße, dass man hier noch nicht so eine Folge machen kann, wo ich sage, wie der Clan kämpft. So. 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 ist ja kurz tot ist ja und es ist der verlorene strandkampf befreit wird soll befreit helfen haben sie einfach nur ins kummer gestürzt ihr leben verbessert oder haben wir ein bisschen verschlechtert haben sie das leben was sie lebten gelassen oder haben sie es zerstört ist zerstört ohne ihre erlaubnis es überall einzumischen vor allem anderes lebens ist nicht schlimm und kann ja gucken das kaputt jetzt verstehe ich es noch zwei von ihnen an und dann noch schluss so Prozent 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 Schnell. Schwer, schwer, schwer. Einsatz mit Nix. Einsatz mit X. Das war wohl Nix. Das wäre es dann für diese Folge gewesen. Lass ein Däumchen nach oben da. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr mal wieder ein Kamera Battlefield Minecraft mal sehen wollt wieder. Abo verlassen und so weiter und so fort. Und da würde ich noch sagen, schönen Tag, schönen Sucker Tag. Und Schüssel, Schüssel, Schüssel.